Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem dritten Tutorial Video Wie füge ich in GTA San Andreas beim User-Track-Player Musik ein? So, als erstes geht ihr auf Daten.de, wenn ihr es habt, also auf den zweiten, nicht hier, sondern hier, wo die meisten sind, also die meisten gearbeitet-frei sind. So, jetzt auf eigene Dateien, dann habe ich hier eigene Dokumente. Dort steht der Ordner-Kit, der ist an Andreas User-Fans, da klickt ihr drauf und dann auf User-Tracks. So, die Ordner ist leer. Dann werde ich jetzt mal drei Lieder reinmachen. So, einfach mal kopieren. Und dann werde ich die jetzt hier einfügen. So, jetzt sind die schon mal eingefügt. So, dann schließe ich das Fenster. Ich habe jetzt hier, kann ich das in Andreas, aber ich kann es euch erklären. Also, damit ihr es auch nochmal lesen könnt, weil sie es nicht jetzt versteht, schreibe ich es euch auch nochmal auf. Also, als erstes startet die EGD-Summe-Dreps. So, als zweites geht ihr, wenn ihr es gestattet habt, auf Optionen. So, als drittes, Audio, also als drittes Audio-Option. So, dann als viertes steht da irgendwo User-Tracks, also dann bei eigenen Audio-Musik-Optionen oder so steht da was. Jetzt müsst ihr sogar halt mal gucken. Und dann steht da was mit User-Tracks. So, dann geht, ja, also dann steht da noch User-Tracks-Files durchsuchen. So, dann würde ich noch einstellen, automatisch nach User-Tracks suchen. So, dann schließt ihr das. So, als nächstes startet ihr euer Spiel. Und als nächstes wechselt zum Modus User-Track-Player. Und dann könnt ihr eure Musik hören. So, dann schauen wir mal. Okay, das war's dann von mir. Bis zum nächsten Tutorial. So, bis dann.